WDR Zeitzeichen Stichtag heute, 11. März 2013. Der Todestag von Martin Bormann Junior, Sohn des Hitlersekretärs und späterer NS-Gegner. Ich habe meinen Vater mal gefragt, was ist eigentlich Nationalsozialismus? Und dann bekam ich eine Einwort oder ein Satzantwort. Nationalsozialismus ist der Wille des Führers. Zentrum des Handelns und Denkens von Martin Bormann Senior. Er wurde als Hitlers Sekretär bezeichnet, baute für ihn die Gebäude auf dem Obersalzberg bei Berchtesgaden, das sogenannte Führersperrgebiet. Er galt während des Krieges als der zweitwichtigste Mann im NS-Staat und wurde bei den Nürnberger Prozessen in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Jahrzehnte später stellt sich heraus, dass Bormann zu dieser Zeit schon nicht mehr lebte. Er ist ein absolut gläubiger Gefolgsmann von Adolf Hitler gewesen bis zu seinem Ende. Und er hat in seinen Ämtern zunehmend ja auch Verantwortung auf sich nehmen müssen und zunehmend auch Schuld auf sich geladen. Sagte sein Sohn. Auch er hieß Martin Bormann, aufgewachsen auf dem Obersalzberg im Dunstkreis Hitlers, dem sein Vater sein Leben gewidmet hatte. 1926 war er Hitler zum ersten Mal begegnet und Hitler verfallen. Er ist mein Taufpate geworden. Ob er, der junge Martin Bormann, Hitler gemocht, mit kindlicher Intuition womöglich dessen verbrecherische Seite gesehen hatte? Auf die Frage antwortete er in einem Interview 1998 ausweichend. So habe ich ihn ja nie kennengelernt. Ich habe ihn ein einziges Mal 1939 in unserer Familie erlebt. Da habe ich zu Weihnachten von ihm so Plastillinsultaten geschenkt bekommen. Da war ich neun. Die Stimmung in der Familie ließ vermutlich auch keine Zweifel zu. Wir waren fasziniert von der Faszination unserer Eltern. Diese Faszination legt während der NS-Zeit einen Schleier des Unwissens über die Kinder der Familie Bormann. Mit den Verbrechen beschäftigt sich Martin erst, als der Krieg vorbei ist. Dann aber, nach Lebensstationen als Priester, Missionar und Lehrer, klärt er in den 1990er Jahren, etwa in Schulen und bei Vorträgen, darüber auf. Dann habe ich mir gesagt, jetzt wird es Zeit, dass wir gegensteuern, gegen ein Wiederaufleben von Ausländerfeindlichkeit oder von NS-Ideen und solchen Dingen. Bormann bekannte sich auch öffentlich zur Schuld seines Vaters. Er war einer der ersten und blieb einer von wenigen Nachfahren ranghoher Täter des Nationalsozialismus, der das Schweigen brach. Außerdem beteiligte er sich an Gesprächen zwischen Töchtern und Söhnen von NS-Opfern und Tätern. So unterschiedlich deren Schicksale sind, haben sie doch eines gemeinsam. Kriegsverbrechen und der Holocaust sind bis heute in ihrem Leben präsent. Daher gibt es solche Gesprächsrunden auch immer noch. Ja, mehr und mehr Menschen aus der Enkel- und Urenkelgeneration nehmen daran teil. Zum Beispiel am Kreis für intergenerationelle Folgen des Holocaust in Köln, den Peter Poghani nennt, leitet. Ich habe immer gedacht, dass ich es am schwersten hatte als Nachfolger von Opfern. In der Zwischenzeit, gerade durch meine Auseinandersetzung mit Täter nachkommen, würde ich sagen, ich glaube nicht, dass man das wirklich abwägen kann, wer es schwerer oder wer es leichter hat. Auf beiden Seiten ist das eine schwere Last. Poghani Nenz' Großeltern waren ungarische Juden, die noch in der letzten Woche der deutschen Besatzung Ungarns ermordet wurden. Der Psychoanalytiker kann sich den Zwiespalt von Martin Bormann vorstellen. Ich habe gelernt, gerade wenn es um so jemand wie der Sohn von Martin Bormann geht, was das bedeutet, wenn man einen Vater als Kind, wie jedes Kind, geliebt hat oder liebt und irgendwann im Laufe des Lebens, wenn man ein bisschen älter ist, erfahren muss, dass dieser Vater ein Verbrecher war, ein Mörder. Ich glaube, dass das Kinder oder auch Enkelkinder in einen schwerwiegenden Konflikt stürzt. Nämlich, wie soll man einen Mörder lieben? Aber man kann auch nicht aufhören, seinen Vater zu lieben. 1930 wird Martin Bormann Junior geboren. Er ist das älteste von neun Kindern von Martin Bormann Senior und dessen Frau Gerda, deren Vater auch schon früh in der NSDAP in Hitlers Partei aktiv ist. Hitler ist Trauzeuge der beiden. Martin wächst auf dem Obersalzberg auf, während sein Vater für Hitlers Repräsentationsbauten zuständig ist, als der Mann fürs Grobe. Es musste die bäuerliche Bevölkerung aus diesem Sperrgebiet ausgesiedelt werden. Während auf dem Berg Bauern ihre Höfe verlassen müssen, spielt sich die Verfolgung der Jüdinnen, der Juden im Tal ab, weit vom Wohnort der Familie Bormann entfernt. 1938 bei der Reichspogromnacht war ich acht. Davon habe ich im Berchtesgaden überhaupt nichts mitbekommen. Er besucht ein nationalsozialistisches Eliteinternat in Felderfing am Starnberger See. Begeisterung für den NS-Staat gehört zum Lehrplan. Je länger der Krieg allerdings dauert, desto weniger sollen die Jungen in Felderfing lernen. Wir haben im September 1944 noch einen Stundenplan bekommen für das Schuljahr 1944-45, aber keinen Unterricht mehr, so eine Ausbildung als Volkssturm. Den hatte Martin Bormann Senior selbst befohlen. In drastischen Worten rief er die Bevölkerung zum Kampf gegen die Alliierten auf. Eines der wenigen erhaltenen Tondokumente von ihm. Jetzt ist die höchste Stunde der Bewährung gekommen. Jetzt ist die höchste Stunde der Bewährung gekommen. Die Gefahr erneuter Versklavung, vor der unser Volk steht, erfordert unseren letzten und höchsten Einsatz. Von jetzt ab gilt, der Kampf gegen den ins Reich eingedrungenen Gegner ist überall mit aller Unnachgiebigkeit und Unerbittlichkeit zu führen. Ein Hunsfurt, wer nicht bis zum letzten Atemzug kämpft, er wird als Fahnenflüchtiger geächtet und behandelt. Wer nicht bis zum letzten Atemzug kämpft, er wird als Fahnenflüchtiger geächtet und behandelt. Am 30. April 1945 beginnt dann die Wende, die auch den gerade 15-jährigen Martin Bormann Junior schockiert. Da kam dann dieser Funkspruch, durch der Führer ist im Kreis seiner Getreuen gefallen. Das war Weltende. Für mich war es auch fast Weltende. Sein Vater setzt sich unterdessen ab und bleibt jahrzehntelang verschollen. Bei den Nürnberger Prozessen fehlt er, wie gesagt, auf der Anklagebank. Der Vater mit bei den zum Tode Verurteilten in Abwesenheit. Für den Sohn vollzieht sich unmittelbar nach Ende des Krieges eine Lebenswende. Eine Rettung in einer neuen Welt, in den Bergen, bei einem Bauern. Und dieser Bergbauer hat mir erstens ein christliches Leben vorgelebt. Ich habe eine neue Familie gefunden, die haben sich einfach entschlossen, Der Burr ist krank, der bleibt bei uns da. Hier mutet er sich die Konfrontation mit den Taten des NS-Regimes zu. Den Deportationen, den Vernichtungslagern, den Einsatzgruppen, den Massenerschießungen von Zivilbevölkerung. Und findet im katholischen Christentum eine neue geistige Heimat. Martin Bormann studiert Theologie, wird zunächst Priester, dann Lehrer. Später sieht er sich mit einem Missbrauchsvorwurf aus dieser Zeit konfrontiert, den er stets abstritt und der nie abschließend geklärt wurde. Allerdings ein Schatten auf seiner Biografie. Auch der Schatten des Vaters verfolgte ihn in jenen Jahren weiter. Er versucht ihm, als Missionar im Kongo zu entfliehen. Ich habe mein Christsein doch erfahren als eine Befreiung. Und diese Befreiung wollte ich weitergeben. Und außerdem kam natürlich dazu, dass ich als Pater Martin in Afrika nicht ständig mit der nationalsozialistischen Vergangenheit hier in Deutschland konfrontiert worden bin. Mitte der 70er Jahre schließlich wird ein Skelett, das Bauarbeiter in Berlin gefunden haben, als die sterblichen Überreste von Martin Bormann Senior identifiziert. Für den Sohn schafft das immerhin Klarheit. Damit ist ein Ende gegeben. Aus den widerstreitenden Gefühlen, einerseits den Vater lieben zu wollen, andererseits dessen Taten zu verurteilen, rettet Bormann sich in seinen Glauben, in die Hoffnung auf Erlösung, für sich selbst und für den Vater. Ja, er weiß, dass der Mensch, der Hitler so bedingungslos gefolgt war, schuldig ist. Er unterscheidet Zwischen dem menschlichen Strafrecht, das ganz sicher seine Bedeutung hat, da würde ich auch an dem Urteil nichts ändern können. Da gibt es kein Vertun. Aber die Barmherzigkeit Gottes, es steht auf einem anderen Blatt und deshalb darf ich an diese Barmherzigkeit Gottes trotzdem glauben und darauf hoffen. Das sagt er 1998. Kurz zuvor hatte er zum ersten Mal an Gesprächen mit Nachfahren von Opfern teilgenommen. Auch dabei ist ihm die religiöse Dimension zunächst näher als die seelische. Ich habe durch meinen Kontakt in dieser Gruppe Täterkinder-Opferkinder Kontakt mit lebendigem Judentum bekommen und von daher auch wieder einen neuen Zugang zu Jesus, dem Juden. Die Gespräche zwischen Nachfahren von Tätern, Täterinnen auch und Opfern werden seither weitergeführt. Geschichten werden erzählt, wo sonst Schweigen herrscht. Vor allem die Nachfahren der Täter verstauen ihre und deren Erinnerungen in Stille. Die zweite Schuld hat der Schriftsteller Ralf Giordano dieses Schweigen genannt. Inzwischen weiß die psychologische Forschung, dass sich in dieser Stille Gefühle ausbreiten und über Generationen hinweg weitergegeben werden. Wenn man von der Theorie der Gefühlserbschärfen ausgeht, dann ist es ja so, dass die unverarbeitete Schuld, dass sie ja weitergegeben wird. Man trägt diese Schuldgefühle in sich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, von dem mehr rationalen Aspekt her, man natürlich den Vater auch verurteilt. Das zusammenzubekommen, ist wirklich nicht einfach. Natürlich habe ich mich gefragt, und das hat mich unglaublich umgetrieben, wie konnte mein Großvater an solchen Verbrechen beteiligt sein? Wie konnten sich überhaupt Menschen an diesen Verbrechen beteiligen? Im Grunde hinterlässt mich und andere das ja auch fassungslos, welcher Unmenschlichkeit sich da zeigt, dass selbst die kultiviertesten Menschen barbarisch sein können und andere so aus der Gesellschaft ausschließen, dass sie haltlos morden und sie vernichten wollen. Alexandra Senft. Die Schriftstellerin und Journalistin sah sich auch durch die Geschichte ihrer Familie gezwungen, einen Täter zu verstehen, sein Leben nachzuvollziehen. Ihr Großvater Hans Lodin war Stadthalter des NS-Staates in der Slowakei und organisierte Deportationen von etwa 60.000 jüdischen Menschen. In der Familie war er lange Zeit als der gute Nazi geschildert worden, als eleganter Mann der Juden, naja, weniger, aber immerhin, gerettet hatte. Tünche über der Wahrheit. Schweigen tut weh, heißt denn auch eines der Bücher von Alexandra Senft. Die Auseinandersetzung mit meiner Familie ist die härteste, weil man in der Regel seine Verwandten ja schätzt und gerne hat und mag und weil man zu den Menschen aufschauen möchte, die älter sind, wie zum Beispiel einen Großvater, den man bewundern können möchte. Sie ist inzwischen froh, dass sie diesen Prozess durchsteht. Genau hinzuschauen und die Lügen, die Verleugnungen, die Rätsel von Familien zu entschlüsseln, das kann für einen persönlich eine befreiende Wirkung haben, weil man versteht, womit man es eigentlich zu tun hat und nicht mehr mit Unwahrheiten konfrontiert ist. Und das ist auch ein guter Prozess. Was Alexandra Senft und andere privat getan haben, fordern inzwischen Beobachter der Aufarbeitung der NS-Geschichte auch für die Gesellschaft. Deutsche hätten sich, sagen sie, im Zuge der Erinnerungskultur vor allem mit den Opfern identifiziert und dabei ausgeblendet, dass sie die Nachfahren einer Generation von Tätern sind. Deren Geschichte müssten sie eigentlich nachvollziehen, findet Peter Poghani Nent. Es soll die Seite der Opfer nicht ignoriert werden, das meine ich nicht. Aber dass der Schwerpunkt darin liegen soll, was die Täter gemacht haben. Darin pioniert zu sein, bleibt Martin Bormanns Leistung. Er ist am 11. März 2013 mit 82 Jahren gestorben. Seine ambivalenten Gefühle drückte er schließlich so aus. Ich verdanke meinem Vater als meinem Vater mein Leben und er hat seinen Kindern so lange er konnte und so weit er konnte den Weg gewiesen. Seine politische Verantwortung, da kann ich wirklich kein Strichlein leugnen, das ist furchtbar, das ist nicht zu ändern. Im Zeitzeichen erinnerte Irene Denza-Vanotti an Martin Bormann Junior, der heute vor zehn Jahren gestorben ist. Redaktion Gesa Rönker Vanderaktion Gesa Röder 席